Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Dawn of Man. Ich wollte die hier noch ein bisschen bauen lassen, das heißt, ich drehe ein bisschen schneller. Produzieren hier fleißig, das ist okay. Wieso bist denn du unglücklich, ja? Ach komm, stell dich nicht zu an, ja? Ich hab 16 Wissenspunkte. Ja, ich kann Keramik ladern. Machen wir das doch mal. Tada! Keramik freigeschalten. Mesolithisch freigeschalten. Wir haben keine Feuersteine. Juhu. Transport. Ah, Transportmittel. Cool. Okay, Moment, wir haben keine Feuersteine? Geht ja mal gar nicht. Feuersteine. Das sind doch noch welche. Nehmen wir die, oder da sind auch welche. Nehmen wir die hier. Und da stellen wir ein, dass drei Leute holen dürfen, bis ja, von mir was bis zu 30 Stunden. Meine Zelte sind bald voll. Also meine Lagerzelte. Das heißt, ich baue mir jetzt noch ein Lager. Und zwar, ich arbeite doch schon dran. Dann kann ich nichts bauen. Okay. Dann müssen wir umplanen. Oh, ein Altersschwäche gestorben ist okay. Altersschwäche ist okay. So, Wasser holen. Wasser holen darfst du, würde ich sagen, ja. Und zwar dürfen das zwei Leute, bis 20 Stück. Das ist okay. So, was haben wir noch? Ich glaube, Tannin haben wir noch nicht eingestellt zum Sammeln. Brauchen wir für die Gerberei. Dürfen zwei Leute. Dann geht's doch bitte Feuerstein holen, wenn wir keinen haben. Okay, die sind angreng. Wie schaut's mit der Bekleidung aus? Da haben wir genug. Okay. Lautsend da aus. Also. Wollnarsran haben wir noch keines gejagt. Okay. Beim Jagen haben wir ja noch einiges. Das ist ein Höhlenlöber. Den brauchen wir aber. Außerdem ist er mir zu nah an meiner Siedlung. So, nein, nicht das. Tab. Gut, wie geht's hier? Hier ist alles getrocknet. Leute, ihr müsst doch die Ständer abräumen. Könnte sein, dass ich euch zu viel Auftrag geben habe. Es wirkt irgendwie so. Schauen wir mal auf Geschwindigkeit mal vier. Und schauen wir mal. Schauen wir mal. Ach so, Moment, ich kann ja noch was bauen. Die Rituelle, das haben wir schon. Ne, es können ja noch keine, okay. Was war das? F7, genau. Transport. Jetzt kann ich noch was bauen. Ich kann ihnen helfen. Baue ich, oder ihr baut es euch. Jetzt einfach mal einen. Baut sich hier bitte noch einen. Und ihr baut sich hier bitte noch einen. Damit sind sie nicht beim Transportieren schneller. Oh, sie hängen endlich neues Fleisch auf. Aber nicht viel. Sehr gut, erst das wildes Pferd gejagt. Meine Hunde, oder? Ja. Soll uns ja beschützen. Einmal ziehen, sehr gut. Aber wieso räumt sie die Lage nicht aus? Öl-Löwe-Angriff. Oh, nicht mehr. Der ist schon hinüber. Bär-Angriff. Pass auf, das ist ein Bär und du bist alleine. Leute, dieser Bär hier hat keine Überlebensberechtigung mehr. Am liebsten würde ich noch sagen, der hat gerade Priorität. Macht es den fertig. Ja, oh, das sind drei Bären. Was machst denn du in dem Haus da, hm? Wildes Pferd ist geflohen. Okay. Haben wir Kinder, die ernten können? Ich fürchte, ich habe denen zu viel aufgegeben. Wir haben keine Feuersteine. Ja, dagegen könntest du was tun. Aha, da bringt einer Wasser. Gut. Sturm. Ihr könnt jetzt doch während den Sturm so mal das bauen. Ach, da braucht man die. Okay, Tiergejagt. Bär, sehr gut. Ach, das waren normale Bären, okay. Okay. Lagerzelt. Neuersteller. Ich bräuchte noch einen Häutendruck. Ne, okay. Zelt haben wir, glaube ich, genug, oder? Ja, für ein und zwei. Lager. Jetzt müssen wir drei haben wir. Drehen wir mal um. Ein neuer Mensch wurde geboren, das ist sehr gut. Was ist, wenn ich sage, setze das auf hohe Priorität? Einfach nur, damit ihr da mal was tut. Ich weiß, ich muss das nachher wieder runter tun. Dann sammeln die da das Fleisch und bringen es rein. Das ist gut, okay. Macht's weiter damit. Ja, ich bin dran. Ja. Geh, da. Jau. Geh, da. Geh, da. Geh. Geh, da. Geh, da. Früchte sind verfallen, okay. Sehr gut. Ja, ist okay. Ich sammle die auch eigentlich nur, damit ich sagen kann, wir haben genug gesammelt. Ich habe noch keinen Gerber, kann das sein? Der Gerber müsste ich doch haben, oder? Habe ich sie nur noch nicht gebaut? Heute trockener Gerber. Ich glaube, ich habe ihn vergessen. Ja. Wildschwein ist geflohen. Ja, passiert. Den Gerber setzen wir jetzt mal direkt hier daneben. Okay. Sehr gut, der Gerber wird gebaut. Ah, der Händler ist da. Lieber Händler. Ich hätte von dir gerne das Mehl nehme ich. Feuerstellen nehme ich auch. Steine Schleifen. Händler. Und hier gebe ich Holzbär. Holzbär. Holzharpone. Faustkrölle. Knochenharpone darfst du haben. Feuerstellen Sachen vielleicht nicht. das hier was kostet das 150 gut dann tun wir den Rest mal wieder weg ne ne das wollen wir haben 225 dann machen wir es anders, wir nehmen hier das ab, wir nehmen hier das ab Haltersteine schleifen, das werden wir schon selber lernen 74 ok ah, der Gerber ist am arbeiten ja gut das heißt, ihr könnt jetzt nun bald hier eines fertig bauen ja gut ah, meine Schlitten zwei Schlitten dann habt ihr es jetzt bei der Arbeit leichter Wolfangriff es gibt noch einen Verteidigungsmodus, den hätte ich natürlich nehmen können ich will nur gerade, wo er war den Landesbesprechern wie komme ich wieder zu dem nein da wäre es gewesen F6, ok oh, geräuchertes Fleisch verfallen ok, wir haben einfach zu viel Fleisch du müsstest mal essen, Leute, damit ihr groß und stark werdet ja, ja, ich habe schon kapiert wir haben zu viel Fleisch oder zu wenig Einwohner wir haben zu viel Fleisch oder zu wenig Einwohner da kommt's da liegen noch Häute und Fleisch drauf gehen wir mal die Zonen durch, ja Wasser holen zwei ist ok Döcke sammeln drei ist ok Feuerstellen holen zwei Wasser extrahieren kleine holen jagen wischen achso, ok, warte mal, das brauchen wir nicht gut ein neuer Mensch wurde geboren, sehr gut Kleidung sollten wir genug haben können aber jetzt theoretisch ja, es ist eingestellt was wir auch hier stellen wieder mal ziehen, sehr gut also getrocknetes Leder haben wir massig, nehm ruhig wie schaut's denn da aus also, wo haben wir's denn da 25 von 100, 25 von 100 ach, da brauchen wir's nur Stöckchen ach, da brauchen wir's nur Stöckchen Knochen Brot verfallen, ja das heißt, ich hab definitiv zu viel zu essen hab's schon verstanden Leder-Outfit Wissen erlangt, sehr gut im Winter überleben noch einmal wissen okay arbeitest du fleißig, das ist sehr schön du auch das sind eigentlich unwichtige Dinge, die ich ihm nicht gemacht hab aber ganz Wissenspunkte bringen können wir müssen wieder jagen gehen eigentlich was soll man hier an den Auge boxen was kriegt's hier doch hin, oder? ein Wollnarshorn noch ein Speer mal ziehen, sehr gut du wolltest es vielleicht nicht einladen, kann das sein? ich stelle es jetzt mal kurz auf ganz schnell ich bin in keine weiteren Aufträge hier Augeoxenangriff okay, der Augeox ist Geschichte na gut dafür könntest du dir genau den holen den Schlitten was machst denn du? Hä? was machst du denn mit den Schlitten? haben wir eigentlich ein Gebiet zum Bäume fällen? ja da genau okay okay ah, du wolltest das für Holz, sehr gut gut könntest du gerne noch mehr Karren haben hab ich gar kein Problem damit noch? hab ich überhaupt kein Problem damit, wenn ihr wollt vier neue Menschen, sehr gut das ist wirklich gut das ist wirklich gut weil dann kommen wir vielleicht irgendwann nach Feuerstein holen jetzt müssen wir schon wieder schauen, wo wir Feuerstein hier kriegen hier vier Stück die lagern endlich mal jetzt sind sie also endlich so weit nach da dafür haben das ist gut der da nix im Schlitten achso, das ist der Händler ja komm her Händlerin was hast denn du? super, du hast hier nix hm, hier Feuersteine hast du ich hab dafür hier, schau mal schöne Holzabbrunnen für dich schöne Holzsperre für dich ähm ähm ja und Knochensperre hab ich auch noch für dich du gibst mir noch dann Leder ha, tschi, sorry so, gut ich geb dir jetzt, weil es viel zu viel aber damit leere ich meine Lager wieder 100 Ruhehaut 100 Ruhehaut das ist sehr gut 100 Ruhehaut Vier trocknete Haut, vier Ruhehaut. Kein Leder, okay. Fünf Schlitten, sehr gut. Feuerstein haben wir auch bald. Wasser haben wir bald. Noch ein Haponen, okay. Okay, da geht es nicht mehr weiter, wenn man das einmal erfüllt hat, das ist gut zu wissen. Oh, hier scheinbar schon. Ja, das ist jetzt auf 250 hochgegangen, okay. Jetzt mal das wieder auf Normal, Prio. Also mal einlagern alles. Sehr gut, aber sie entlieren es jetzt eh. Sehr gut, jetzt schaut es endlich mal aufgeräumt aus hier. Dann könnte man sie jagen schicken. Was hält man da hinten? Da hinten hält man Sternböcker. Zwei, drei Stück. Kann man noch nicht fangen. Gehen schon jagen? Moment. Schauen wir uns jetzt einfach mal an. Da einfach der Funk rennt. Die haben dann einfach im Stich gelassen. Oh, da ist dein Jäger. Oh, das war's für dich. Das heißt, bei Sternböcken mit sechs von zehn, okay. So, sie haben es komplett abgeräumt. Cool. Dann gehen wir weiter jagen. Oh Gott. Eine Bärenfamilie. Eine Hühlenbär-Familie. Wollt man zwar nicht die Idee. Muss aber sein. Wir brauchen die Hühlenbären. Aber geht's da bloß nur mit guten Werkzeugen? Gut gekleidet, bitte. Geniert und gute Gesundheit. Eine alte Frau. Du nicht. Noch eine alte Frau. Es sind echt alte Frauen. Meine Bären jagen hier. Die wissen, was sie tun. Leute, das sind Hühlenbären. Die machen Aua. Da jagt doch einer. Ja, Bär ist hinüber. Sehr gut. Gehst aber bitte jetzt nicht jagen. Achso, da geht's hier gut. Jetzt habt ihr noch die Jungen. Die Bären zu erledigen. Die sollten jetzt nicht mal so schlimm sein. Wenn der Große hinüber ist. Sag mal, das heißt, Hühlenbär war jetzt wieder einer dazu. Sehr gut. Wir haben noch gar kein Wollnashorn. Dann auch wieder hoch. Also weiter jagen. Sehr gut. Wir haben viel Wissen angesammelt. Und entscheiden uns das nächste Mal, was wir tun wollen. Ich würde was sagen, zuerst einmal das. Das ist natürlich eine gute Idee. Genau. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sag tschüss, tschau und papa.